Ich bin ja der Player, wie ihr wisst. Ähm, würd ich sagen, wir kommen zurück zu, äh, so rum, zu Deadpool. Ich bin immer noch ein Little Confused Brain oder einfach die Ehe, und wir kommen zurück. Gut, probier mal was, die Leertaste macht. Leertaste. Okay, man kann doch, ne, wow, innovativ. Okay, was, was kann man, wow. Not bad, was kann man da? Hallo Schläger. Zack, 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 zack. Hey, mix our light and heavy attacks together, guck gleich den hier hinten an. Was ist der mit? Der ist da so richtig hängen geblieben, ey. Alter, heieiei. Okay, ich hab grad ne Kombo von, okay. Wow! Wee! 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 Oh, was sind das für geiles Sounds? Bääm! 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 Oh, yeah! Booyaa! Oh, ich liebe dieses Spiel. Ohne Spaß. Das ist der Hammer. What do you have in mind? Besides you two Schmucks! Schmucks! Eieieiei, hallo! Mach mal auf das gute Stück! Was haben wir denn da drin? Ne! Der hat sich hier unten grad ne Hüpfburg hin befehligt. Will der mich verarschen? Das... Nein! Puh! Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Bounce house! Check! Boing! Boing! Banana! Boing! 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 Guten Abend, mein Name ist Deadpool. So, äh, wir sollten langsam mal... Kann ich die auch kaputt machen? Haschuuu! Natürlich nicht! Das ist eine Hüpfburg, die aus besonderem Material ist. We don't take fall damage. So go nuts! Go nuts! Woohoo! Okay! Oh! An unsuspecting bad guy! Let's stealth kill him! Ihr müsst leise sein! Die gehen jetzt langsam an den Rand und ganz leise! Ich hab gesehen, dass du was gesagt hast! Oh! Ganz le... Y für meinen Namen? Moment! Funktioniert meine Y-Taste nicht mehr oder bin ich doof? Und was, wenn ich nicht will? Okay, wir gucken jetzt mal nach. Wir sammeln das hier noch ein. Und... Wups! Ich hab grad einen Screenshot gemacht, meine Damen und Herren! Ich hoffe, euch gefällt das so wie mir! So! Wir haben 13.000 Punkte! Mama... Was ist das für ne geile Musik im Hintergrund? Als ob man in so einem... In so einem... In so einem... In so einem Kaufcenter ist. Oh! Granaten! Uh! Pfff! Was haben wir hier? Uh! Uh! Die wollen wir kaufen! Ich hab 13.000, ich möchte etwas einkaufen für 80.000. Mathe war noch nicht so meins. Ähm... Klingt ganz schön doof. Das kann man hierhin verbessern. Erhöht DP-Belohnungen. Ja, klingt doch gut, ne? Das klingt doch erstmal gar nicht mal so schlecht, du! So, und wie sonst noch so... Was ist das? Taktische Granaten... Okay. Oh, nochmal! Können wir den ganzen Tag machen. Je mehr schlechten Leute, die wir töten, je mehr Upgrade, die wir uns auslösen können und mit unseren Punkten kaufen können. Ich mag meinen Deadpool für die Gefahr und Heilung. Ja, ich mag meinen Deadpool für Nougat und Kreme Filling. Aber ich glaube nicht, das ist ein Objekt. Begrieb dich rauf und spreng ein Loch in die Decke. Hurra! Sprengstoff! Ha! Oh Gott, Alter! Ich liebe das Spiel! Das ist ja immer der Hammer! Oh, ey! Das ist echt wie für mich gemacht! Ohne Spaß! Ich kann mich auch super in dem Kerl widerspiegeln, wenn ich das mal so sagen. Okay, Klasse! Tappjump, während du nach einer Wall schläfst, um einen Wall-Ton zu machen. Hoi! Tada! Not bad! Das sah sehr lecker aus. Gibt eine 1 plus mit Sternchen. So! Oh! 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 Oh, Micky! Oh! Oh, Junge! Press the Jump-Button in midair to do a double jump! It's awesome! It's awesome! Haha! Oh! And hold the Jump-Button to mantle up ledges! Ah! So! Ohne Leid, oder? Ich glaube ich muss eine Entrance machen. Wollen wir das mal machen! Ja, so wird das mal Hachềnum! H Buy-Fu-Bap-Abs! Zeit um BOOM! Hahaha! Ha, da war denn dieser typische Schrei, den man so von allen Sachen kennt? Phew! Das ist was passiert wenn man C4-Four mit einem Auburn-Burrito-Malias zu Oh, bitte! Toll Leute, ich bin der einzige mit der ein wenigunta Lenagwunsch in ihren Lästen habe. Hallo, hier! Na, hat irgendwer ein bisschen Scheiße in der junto durable sind? Ja, du hast Scheiß in der Hose. Und du hast Scheiß in der Hose. So. Wie sind die Tacos? In dem Spiel gibt es Tacos? Gott, das ist geil. Ei, ei, ei. Da steht Umschalten und Leertaste. So. Das Einzige, was man hier wirklich so ein bisschen bemängeln muss bei dem Spiel, ist immer noch, dass die Kamera hier wirklich manchmal ein bisschen für nahe ist. Aber sonst ist das ein geiles Spiel. Volle Elle. So, ich würde sagen, wir warten erstmal, bis wir hier unsere Schotze kaufen können. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Ach komm. Gib mir das! Hör, du little masked moron! Niemand kommt in mein Haus so wie das. Ich hoffe, es war es wert. Hm. Die Elevators sind verabschiedet. Oh, ich weiß. Lass uns nur noch ein paar Chimichangas holen und warten, dass er nach unten kommen kann. Oder wir könnten einen Weg finden, um das gesamte Gebäude zu verlassen. Das würde ein System resetting, um die Kraft zurück zu dem Elevator. Haha. Ich mag diesen Mann. Wir sollten ihn umziehen. Zur Verwärmung! Geh in den Wartungsraum. Shooter! Shooter! Calm down! Shoot the red box! Irgendwie... Mein Y... Ah, ich glaube ich weiß woran das liegt. Ah, Moment. Moment. Weil meine... Ich hatte gerade meine Tastatur auf Dings-Layout. Taito, motherfucker! Bam, 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 bam! So. Ach, das muss ich erschießen. Wusste ich! Oh Gott. Die haben ja auch Schusswaffen! Warum habt ihr Schusswaffen in die Säcke? Oh. Okay, mit Y schießen ist nicht. Ehrlich? Okay. Wir müssen ein bisschen improvisieren, weil wir keine Munition da haben. Oh Gott. Oh Gott, mein Leben. Mein Leben geht da drauf. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Oh Gott, guckt uns mal an. Wie cool sieht denn das aus? Okay. Wenn das dich in die Schuss zieht, dann bin ich sorry. Das ist für deinen Schuss. Wenn ich deine Brust getroffen habe, tut es mir leid. Ich habe auf deinen Sack gezielt. Oh, ich mag den Kerl. Ey, ohne Witz. Oh Gott! Wo willst du denn hin, Kleiner? Ich brauche Themenmusik. Deadpool! Ja, etwas wie... Deadpool! Warum habe ich nicht so eine Musik? Ich will auch so etwas haben, wenn meine Videos anfangen. Nein, falsch. Das ist für dich. Diesen Gegenstand hast du noch nicht erworben. Ja, das ist ja blöd. My, was große Generatoren du hast. Ist das Kode? Nein. Innuendo. Hahaha. Innuendo. Innuendo. Ne, forget it. Ne, forget it. Jackpot! Okay. Dann wollen wir das nochmal umdrehen. Jetzt kommt der Horror-Teil des Spiels. Ich bin so smart. Ich bin so smart. Ich bin so smart. Wow! Das war geil. Okay. Macht Sinn. Was haben wir denn jetzt mit Taser in der Hand? Besonders in solchen kleinen Gängen, da sieht man manchmal eigentlich gar nichts. Aber nun gut. Um die Hand zu wechseln? Achso, mit welcher Hand ich schieße oder wie oder was? Okay. Hahaha. Wup! Eben kurz die Aufnahme wieder anmachen. Ey, warum schießt ihr auf mich? Hallo! Das wollt ihr doch selber nicht. Falsche Richtung! Ah! Schon besser. Warte, wo muss ich hin? Äh... Juhu! Versuchst du's überhaupt? Weißt du, die sind echt... Mit sowas kann ich nicht arbeiten. ein Power! Stabby, Stabby! Ha 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 ha! Ha! Gut. Oh, Tacos, Tacos, Tacos! Können wir hier jetzt schon rein und schon... Viel Spaß beim Singen! You can't sing. I'm crazy. I'm crazy for feeling so lonely. Sing. He's like an angel. I'm crazy. I'm crazy for feel... This must be my stop. There's gotta be a way out of here. Think, Deadpool, think. Movie-Solution to being stuck in an elevator in 3, 2, 1. Ja, aber irgendwie komm ich grad hier. Eureka! I'll shoot out the window! Ding! Und wie ihr gemerkt habt, ihr müsst die Idee kommen, genau zu der Zeit, als sie mir gekommen ist. Welch Wunder! Ich sag euch, ich bin Deadpool. Falls du noch nicht wusstest, ich bin Deadpool. Well, I gotta get to the penthouse somehow. Sooo, wie kommen wir jetzt am einfachsten schon rein aus? Okay. Ähm, ah, wahrscheinlich so. Oh, yeah! Hey! Hey, have you bought any upgrades lately? Sit down, Mom. You know? Might be a good time. Just saying. Just saying. Hahaha. Ist der Kerl cool, ey. Ohne Spaß. Ist ja der Hammer. Just saying. So. Ching, 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 ching. Heidig ist das hier hoch. Boah, der muss aber unersuppiert werden. Hahahaha. Of course it is. Oh, it's just so gosh darn hard to choose sometimes, you know? Okay. Huuu. Na, Baby. Rat mal, wer hier ist. Hier gibt's ne prima Abkürzung. Huuu. Oh, ein TV-Studio. I always thought we'd make a great reality TV show. Chance White dies at the hands of super sexpot mercenaries. Story at 11. Wuhu. Oh, yeah. You're gonna feel me. Oh, Gottchen. Ha. Doch, das Spiel ist echt gut. Heilige Mutter. Stop this freak. Okay. Das könnte jetzt alles ein bisschen schwieriger werden. Böe. Guck mal hier, Kleiner. Du willst doch gar nicht auf mich schießen, oder? Ah, Gottchen. Ich weiß, ich sagte nur die Tippe, aber komm mal. Der Tippe. Ok Oh Gott, oh Gott Eieiei, wir können uns hier aber auch drehen wie eine Waldfee Waldfee ist das nicht so gut Haben die jetzt schon ihr Maschinengewehr rausgeholt? Weil wenn ja, dann hab ich ein kleines Problem Wer ist das überhaupt, der da grad die ganze Zeit spricht? Ok Ah, so Manchmal ganz schön im Fingerkrämpfe bei der Steuerung Oh Gott Oh Gott Komm ich krieg so nen Schuss ab Ich schaue, weil ich kann Ich schaue, weil ich kann Verstärkung? Oh ne Der Zaun sah ihn aber doch ganz schön auf die Nase hier Ihr habt schon ein Schlimmeres überlebt hier Aha So So Welchen Tee nehm ich heute? Nehm ich einen grünen Tee oder einen schwarzen Tee? Das ist echt ne schwierige Entscheidung Ihr könnt's ja in die Kommentare schreiben Welchen Tee soll ich heute trinken? Schreibt's in die Kommentare Bis zum nächsten mal Freunde Ciao, ciao Ciao